Wir müssen Selbstbewusstsein haben. Brüder, wir haben jemanden, der mit uns ist. Allah! Was wird dir da noch passieren? Im Tan Surullah yun Surkum. Wenn ihr euch Allah helft, wird er euch helfen. Iyun Surkumullah und Sala Ghali wa lakum. Wenn Allah euch hilft, kann euch niemand überwältigen. Es war nicht, Allah ist stark und allmächtig. Wir lieben die Sahaba. Aber Allah ist Hayyun Layamut. Allah ist lebendig und er stört nicht. Dieses Versprechen gilt bis Yom al-Qiyam. Im Tan Surullah yun Surkum. Wenn ihr Allah helft, Allah wird euch helfen. Dieses Bewusstsein muss in dir drin sein. Von deiner Zehspitze bis zu deiner Haarspitze. Allah wird diese Religion nach vorne bringen. Ich möchte euch aktivieren. Ich möchte einen Funken auf meinem Herzen, euer Herz hineinbringen. Ich bin nicht hier hingekommen, einfach um Spaß zu haben. Da bin ich zu Hause geblieben. Wir sind der Teil einer großen Bewegung. Was hat die Sahaba so stark gemacht? Sie hatten den besten Lehrer und den besten Lehrplan. Und dieser Lehrplan, der die Sahaba so stark gemacht hat, der ist bei uns. Der Koran und die Sunnah und die Syrah und der Propheten, a.s.w. Ich bin nicht hierher, ich bin nicht hierher, ich bin nicht hierher.